Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Altcoin Update Video. Es geht um Solana und kein Thema hat die letzten Tage den Kryptomarkt so bestimmt wie Solana. Sehen wir hier möglicherweise doch bald ein neues Allzeithoch, kommt die Korrektur, sollte man jetzt noch einsteigen. All das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update Video jetzt mal ganz genau anschauen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video auf jeden Fall schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich auch gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt rein zu Solana und wie gesagt, wir haben hier einen extremen Pump gesehen in den letzten Tagen. Wir schauen uns das nun mal an von dieser 21 Dollar Marke hier unten, die hatten wir am 16. Oktober, ging es in der Spitze, wenn wir uns das mal angucken, bis zum Top bei knapp 64 US-Dollar, hätte ich ehrlich gesagt selber nicht gedacht, knapp 200% nach oben. Und das innerhalb von kürzester Zeit. Wie gesagt, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir so starke Pump-Signale hier bei Solana sehen. Hat auch mit der ganzen FTX-Geschichte zu tun, mit den ganzen Shitcoins. FTT auch extrem nach oben hingestiegen. Also keine Ahnung, was da im Endeffekt im Hintergrund abläuft. Es soll mich nicht interessieren. Hauptsache man kann das Ding hier weiter möglicherweise long. Wir sehen auch das Handelsvolumen und das ist auch ganz wichtig, trotz dass vorher hier komplett tote Hose war. Wenn wir uns mal Solana angucken, Solana hat komplett tote Hose gewesen, was das Volumen anbelangt. Und trotz dieser neuen Höchststände und trotz dieses 200% Pumps sehen wir hier immer noch Spikes auf dem 4-Stunden-Chart, wo noch ordentlich, ordentlich Liquidität reingekommen ist. Das heißt natürlich auch, die Chance, dass wir hier nochmal Richtung 64 oder sogar 74 US-Dollar gehen, ist sehr, sehr stark. Und jetzt gehen wir mal in die größeren Timeframes rein und schauen uns mal, wie Solana dort aussieht. Und auch da muss ich fairerweise sagen, ihr wisst, ich bin überhaupt kein Solana-Fan. Ihr wisst, dass ich den einen Solana in Ehren halte. Ansonsten momentan, und jetzt kommt die Hammer-Nachricht, ich überlege trotzdem nochmal in Solana einzusteigen, aber nicht jetzt. So, warum jetzt noch nicht? Wie gesagt, ich bin kein Fan davon, wenn ein RSI mittlerweile hier oben bei 88 liegt auf Daily-Sicht. Wir haben ein extrem wichtiges Key-Level hier oben bei der 46 bis knapp 48 US-Dollar-Marke gebrochen. Und das Wichtigste ist, es war impulsiv mit steigendem Volumen und wir können uns derzeit auf jeden Fall noch darüber halten. Also dieses Level hier war extrem wichtig für Solana und ich habe in der letzten Analyse vor ein paar Wochen gesagt, sollten wir hier nicht drüber kommen. Kommt sehr wahrscheinlich eine Korrektur hier in Richtung 24 US-Dollar. Die haben wir aber nicht bekommen, weil wir impulsiv hier oben hin ausgebrochen sind. Wir haben das hoch rausgenommen. Wenn ich euch das hier jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen ranzoome, seht ihr das auch. Wir hatten unseren Peak hier auf diese 46 US-Dollar-Marke. Perfekt in die Zone. Abverkauf, Konsolidierung darunter. Plus nochmal hier dieses letzte signifikante Hoch, was wir hier am 5. November 2022, also knapp vor einem Jahr, gebildet haben. Nochmal getestet, drüber gehalten, nur ein Blick drunter und dann impulsiv die Reise nach oben hin fortgesetzt. Wenn wir jetzt mal hier weiterhin ein bisschen in die Vergangenheit schlindern, sehen wir auch, okay, der nächste signifikante Widerstand war hier bei 62 US-Dollar. Da sind wir reingekommen, wir haben die Liquidität aus diesem Bereich, aus dieser Demandzone rausgenommen. Wir haben aber hier, und das ist die nächste wichtige Zone, hier oben, dieses 0,236er. Da muss Solana auch wieder durch, bevor wir dann das 0,5er bei knapp 134, 135 US-Dollar angreifen könnten. Also ihr seht, ich bin, was längerfristig jetzt anbelangt, deutlich, deutlich bullischer, weil wir eben dieses wichtige Key-Level durchbrochen haben. Wir haben ein höheres Hoch mittlerweile gebildet, wir haben diese Bewegung impulsiv und vor allem nachhaltig impulsiv fortgesetzt. Plus, wie gesagt, höheres Hoch und Rangebruch. Trotzdem, man sollte, ich bin kein Fan jetzt davon, nach so einem 200% Pump jetzt noch hinterher zu rennen. Für mich ist das hier oben 64, 74 ist für mich derzeit einfach das Maximum, was ich von Solana erwartet hätte. Wir gehen wieder in die kleineren Timeframes. Und zwar, wie gesagt, wir haben hier oben nochmal bei 64 US-Dollar noch ordentlich Volumen liegen. Sehen wir auch hier in diesem Volumenspike. Gut möglich, dass wir eben hier nochmal hochgehen, Liquidität aufsammeln und dann erst diese Korrektur kommt. Und wo könnte uns diese Korrektur hinführen? Dafür müssen wir zum Beginn des Pumps, und da habe ich ja ganz am Anfang vom Video gesagt, hier bei knapp 21 US-Dollar. Wir ziehen das FIP, jetzt bitte ganz vorsichtig sein, nur von dort aus, wo wir derzeit unser Hoch haben. Es bringt nichts, potenziell zu sagen, ja wir gehen hier noch auf 74, das bringt euch jetzt wenig. Ihr müsst dann selber manuell dieses FIP-Level nachziehen. Und dann sehen wir möglicherweise auch, dass das nächste Support-Level hier bei ca. 37 bis 36 US-Dollar liegt. Und das liegt genau in dieser Nähe, wo wir eben damals unsere Korrektur gestartet haben, unseren massiven Abverkauf nochmal, unser letztes Hoch testen würden und das Golden Pocket würde hier perfekt liegen. Also ich sage mal so, Korrektur-Level 42 bis 36 US-Dollar wäre absolut im Rahmen, sollten wir eine Bitcoin-Korrektur in den nächsten Tagen und Wochen sehen. Würde nach jetzigem Stand von unserem High bis zu unserem Tief eine Korrektur von 43% bedeuten, vom jetzigen Stand aus wären wir bei 37%. Ist, wenn wir von einem Bullenmarkt ausgehen, wir haben eine 200% Rallye hingelegt, wir sind extrem stark gestiegen. Wenn wir davon jetzt ein bisschen was wieder abgeben, 37% klingt auf den ersten Schlag heftig, aber, und jetzt kommt das Große, aber, sollte dieser Preisbereich halten und diese impulsive Bewegung weiter fortgesetzt werden, wir haben hier die gelbe Linie, das war der Downtrend, die haben wir im letzten Video schon besprochen, die wurde durchbrochen, sollte dieser Preisbereich halten, sind Kurse in Richtung All-Time-High oder sogar Richtung 500, also 420 US-Dollar im Bereich des Möglichen. Und das würde bedeuten, auch mit diesem Einstieg hier möglicherweise, der jedenfalls noch gekriegt werden könnte, wäre das nochmal ein Pump von knapp 1000% in einem Bullrun. All-Time-High, sage ich auch nochmal dazu, sind 600%. Maximalziel meiner Meinung nach wären hier 426 bis 420 US-Dollar. Wären 1000%, was ihr mit dieser Info macht, ist eure Sache. Für mich, momentan würde ich jetzt erstmal ein bisschen abwarten, für mich Preisbereiche zwischen 42 und 36 US-Dollar, auf jeden Fall für Nachkäufe interessant. Und jetzt klickt es an euch, schreibt eure Meinung mal unten gerne in die Kommentarspalte, was denkt ihr? Ist das wirklich möglich oder ist das absolute Bullshit-Schreierei? Schreibt es auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, nehme ich euch nicht übel, mich würde einfach mal eure Meinung dazu interessieren. Ansonsten, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und dann war es von meiner Seite. Wünsche euch einen schönen Tag und ihr seht, Solana, sogar ich bin langsam etwas davon überzeugt, vielleicht da doch nochmal ein bisschen was reinzustecken. Und das war es von mir, ciao, ciao, bis zum nächsten Video.